So, da sind wir bei Minecraft Waro. Wir haben gerade erfahren, dass, äh, ähm, ähm, was sollen wir sagen? Ja, klar, wer gestorben ist, ne? Ja, klar. Stegi ist gestorben und, äh, wir haben jetzt die Möglichkeit, die einzigartige Möglichkeit, seine Items zu bekommen. Okay. Äh, ich nehm den Dirt in die... Gott, Alter, ich habe so Angst, ne, in der Hölle zu verrecken. Das ist unfassbar. Okay, also es war wohl hier. Ja, ich hab mein Sheldon noch dran. Ich muss den unbedingt raus tun. So, okay. Äh, wie kommen wir da jetzt am besten runter? Hier hat er gegraben, hier hat er... Ja, hier, 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 hier. Ist das hier? Ja, da. Auf jeden Fall da. Ja, graben wir in den Berg einfach ganz weit rein. Okay, 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 mach, mach, aber sei richtig vorsichtig, okay? Ja, ja, ich grab ganz vorsichtig. Wir lassen uns wirklich Zeit, weil wenn wir hier runterfallen... Pass bloß auf, dass niemand aus dem Niederportal kommt, ne? Ja, ich baue uns zu. Ich baue uns zu. Das ist, denke ich, die beste Variante, um uns zu schützen. Alter, ich hab so Angst, dass ich... Jetzt fallen wir einfach auch runter, wie geil dieses Projekt wäre. Das ist mir einfach schon so oft passiert, in der Hölle runterfallen. Runterzufallen. Achtung, hier sehe ich einen Boden, wo es runtergeht, aber es ist nicht sehr tief. Egal. Guck dreimal. Ich glaube auch hinter dir weg, also pass auf. Ja, ich mach... Ich grab mir mal ein Sichtfeld, dass ich sehe, wo ich hinklettern kann. Wir können runterfahren, oder? Wenn wir ein paar Blöcke weiter gerade rüber gehen. Okay. Oh! Warzen! Jetzt bauen wir uns noch Löcher in den Boden. Manu! Ja! Konzentrier dich! Oh, meine Spitzhacke ist kaputt. Ja, verpiss dich. Oh, ich hab noch einer. Okay, okay, pack, pack. So. Boah, das ist einfach wieder zu. Was ist los? Nein, runter erstmal. Wir müssen so schnell wie möglich da runter. Ja, ich weiß. Okay, okay, von hier aus können wir gehen. Von hier aus können wir laufen. Komm, Manu. Hey. Hier am Rand? Ich sehe da Erfahrung liegen. Okay, okay. Ja, ja, ja. Da liegt alles, da liegt alles. Ja, sauber. Da liegt ein Diaschwert. Okay, das ist das falsche Diaschwert. Oh mein Gott. Wo ist das richtig? Ich nehm einfach mit. Ich nehm einfach alles mit. Sofern ich kann. Ja, wir brauchen das richtige Diaschwert. Du hast es, oder? Äh, Messerstein ist unwichtig. Ich hab ein Diamantenspitzhack, Pfeil, einen Pfeil kann ich ruhig wegwerfen. Ich hab's Diaschwert. Okay. Ich hab mein Kraftexpert. Ich hab mein Kraftexpert. Er gönnt mir. Er ist in meine Hand. Und ich werf mal das, äh, den, den Bogen weg, den fast kaputten, oder? Meinst du, das geht? Ja. Kannst du machen. Dein Wassereimer ist jetzt auch nicht viel wert. Hast du die Pfeile? Magst du die mir geben? Äh, ne, der Pfeil liegt da vorne, oder? Wo ist denn der jetzt hingehört? Ich weiß es nicht. Ich hab den hier gerade hingeworfen. Ist ja auch egal, wir haben das Wichtige bekommen. Ich hab aber nur vier Pfeile. Wir können jetzt eigentlich hierbleiben. Und das tun, was er nämlich in einem seiner letzten Parts gemacht hat. Danke für den Tipp, Stegi, denn wir kennen uns eigentlich mit Minikraft nicht wirklich aus. Und das, was wir da gesehen haben, wussten wir einfach gar nicht. Und hätten wir das gewusst, hätten wir wahrscheinlich Rotpilz niemals getötet. Und wären einfach auch in die Hölle gegangen. Denn hier kriegt man richtig schnell Level. Und kann Sachen verzaubern. Äh, ich sollte was essen. Und natürlich wegen den Tränken, aber das ist ja klar. Äh, ich würd sagen, wir graben uns jetzt erstmal direkt irgendwo ein. Also nicht eingraben, sondern komm einfach mal mit, ich baue eine Kuppel. Äh, ja. Boah. So. Oder nee, komm, lass uns ruhig irgendwo so teils eingraben. Das ist, denke ich, ganz klug. Wir sind zwar richtig keine. Richtig, Alter. Hey, der ist gerade gestorben, was war schnell hinrennt. Und so eine Items nehmen. Ja, genau, mach zu. Ah, geil. Ich hab übrigens einen Amboss. Das ist wahrscheinlich seiner. Na, ich hab auch einen. Oh, ist das geil? Ja, mach einfach. Stell mal Werkbänke hin. Werkbank. Äh, Amboss. Ich mach mal ne Kiste. Ich hab auch drei. Warte mal, hast du noch Werkbänke? Ja, drei, äh, vier Stück. Okay, gut, dann stapel die jetzt einfach. Tue ich doch. Damit wir Platz haben, ja. Gut, dann packe ich jetzt hier erstmal ein paar Dinge rein. Alter, ich hab einfach ne Diamantenspitze. Ach, ich hab nur noch 30 Eisen. Ich hab vier und drei. Hast du, äh, Steine für den Ofen? Ich hab Steine für den Ofen. Geil. Ich hab sieben Öfen dabei. Ich habe vier und drei. Okay, dann plante. Plante alle. Äh, ich mach mal hinter dir noch drei. Oh, ist das schön, ey. Wie es, wie es einfach klappt. Geh weg. Du stehst genau da, wo ich den Ofen hinsetzen will. Okay, Papa. Okay, es war da, perfekt. Hier nochmal ach da rein und dann machen wir so weiter. So. Oh, Sprit einfach. Ja, Patrick ist auch grad auf dem Server gegangen. Keine Ahnung, was er vorhatte. Vielleicht wollte er dasselbe tun wie wir. Ja, aber wenn er jetzt kommt, ist er einfach direkt rum. Ich brate mal Gold in dem Einrufen. Ja, ähm. So, Problem ist, meine Sachen sind schon teils abgenudelt. Und deswegen... Ich hab ein Diamantschwert. Ich hab ein 3, was noch nicht mal Schaden hat. Dann brauchen wir aber noch ein Level 3. Das ist Schwachsinn. Lass uns erstmal darum kümmern, dass wir alles gleich haben. Okay, äh. Ja, fuck. Mach mal Verzauberungstisch hin. Ich muss den Ofen wegmachen. Mach mal Verzauberungstisch hin. Ja, mein Inventar ist ja voll. Das ist ja das Problem. Ich will ja gerade irgendwie Platz schaffen, dass ich irgendwas irgendwo hinstellen kann. Wir können uns mal ein bisschen mehr Raum. So, da ist der Verzauberungstisch. Okay. Gut, äh. Womit fange ich an? Wir haben kein Dia, um ein Diamantenschwert zu machen. Deswegen kann ich das auch nicht kombinieren. Das ist ein bisschen doof. Was hast denn du gerade gebraten im Ofen? Äh, Eisen. Ganz viel Eisen. Achso, ja, okay. Ich seh schon. Äh, ich bin gerade ein bisschen belegt wieder. Wie ein Brot. Aber ich glaube, ich werde jetzt einfach... Hab ich den nicht gerade blind? Hat meine Brustprotection 1? Ja. Okay, warte. Ich brauche das Eisen. Äh, warte. Ich leg's rein. Okay. Wir machen übrigens aus unseren Bücherregalen wieder Bücher. Ja. Ich werde jetzt direkt mal ein, äh, Schuhe bauen. Wird jetzt vielleicht für einige dumm klingen, aber das ist, glaube ich, gar nicht so... Protection 1 auf einem Buch. Äh, Power 1. Dasselbe, äh, letztendlich ergibt... Sharpness 1. Warst du jetzt die Bücher oder die... Ja, Bücher, Bücher, Bücher. Ja, Bücher wären schlauer, ne? Ähm, hab ich noch... Hab ich die Bücher da reingelegt oder hab ich noch Bücher? Effizienz 1. Das ist kacke, natürlich. Sharpness 1. Ich habe zwei Bücher mit Sharpness 1. Fuck. Ähm. Hast du vielleicht noch irgendwie, äh, Zuckerrohr? Äh, ich habe noch das hier. Guck mal. Ist in dir. Warte, warte. Ne, so kostet es so sechs Level. Okay, ich habe einen Enchantment, äh, Protection 2 Brustpanzer. Okay. Noch einen, meinst du? Hä, die Rüstung hast du aufgehoben, oder? Nee. Ich habe auch nicht die Rüstung. Vielleicht ist sie zerbrochen? Keine Ahnung. Komplett. Kurz eins. Kann eigentlich nicht sein. Vielleicht ist sie gedespawnt. Ich weiß es nicht. Die lag auf jeden Fall nicht da, ihr habt es ja gesehen. Vielleicht am Anfang, aber dann halt nachher nicht mehr. Äh, habe ich Hosen mit Protection 1? Ja. Okay, dann mache ich mir auch noch Hosen. Ich grab gerade mal ein bisschen weiter, falls ich hier noch irgendwie... Leser-Erz-Finde ist das, äh, Warzen, oder wie auch immer das heißt. Ich glaube ich nicht unklug, nochmal ein paar Level zu fahren. Äh, Protection 1 ist nochmal ein Protection. Ich brauche Bücher, ne? Drei Stück habe ich noch. Ja, dann gib doch. Dann gib mir doch mal was, Manu. Hey, der Manu. Okay, mhm. Ja, passt auf. Ich nehme jetzt ein Buch. Äh, hier ist niemand in unserer Nähe, oder? Warum hast du hier aufgemacht? Effizienz 1, nein. Wieso hast du hier aufgemacht, Manu? Ja, mach zu, mein Gott. Ja, Niki, Niki, mein Gott. Und der Typ der Reifung. Schärfe 1, ah, fuck, Alter. Ich habe richtig Pech gerade. Äh, so, Protection 1. Schärfe 1, wir haben einfach Schärfe, Schärfe, Schärfe. Ihr kleinen Mitdenker. Oh, geil. Ja, fuck, ich habe Effizienz, Schärfe und... Hast du noch 6 Level? Ja, 14. Magst du mir meine Eisnosen Protection 2 verzaubern? Ja, vielleicht, danke. Die beiden. Wenn ihr beide zusammenpackt. Wir haben Stegis Schwert und er will sich einfach battlen. Wir machen Protection 2 drauf. Äh, Beine, ne? Ja. Ach da. Zack, kombiniert. 8 Level. Nein, es geht für 6 Level. Oh. Wie denn? Andersrum, ne? Ja, okay. Ja, okay, ja, egal. 2 Level. Äh, darf ich die haben oder willst du die haben? Äh, wenn du mir deine gibst, kannst du auch so... Also ich habe halt das Dias Schwert, weißt du? Achso. Ja, stimmt, ja, dann... Gut, äh, ich könnte jetzt natürlich noch... Ja, komm, benutzen wir sein Dias Schwert. Ja, wollen wir Petri töten? Der ist ja auch hier in der Hölle. Ja, klar. Ja, geh mal hin, komm. Warte, geht das nicht so? Bin ich gerade behindert? Wie kann ich denn... Ja, komm, jetzt mal Anu. Wir sind jetzt alles hier lassen, Mann. Lass uns da lieber die Sachen mitnehmen. Nachher nutzt die noch einer oder irgendwas passiert damit. Ja, ich habe aber Angst, dass halt jetzt, während wir hier bauen uns einfach... Ach, das geht nicht, weil es kaputt ist, genau deswegen. Soll ich abbauen? Ja, bau ab, bau ab, bau ab. Äh, ich guck mal kurz in die Kiste. Effizienz, Stärke, ja fuck, Alter, ich habe einfach keinen Platz mehr. Pfeile. Rückstoß, Schärfe 1, Schwert. Boah, ist das scheiße, Mann. Ich habe einfach keine Möglichkeit, irgendwie nur was mitzunehmen. Wasser einmal lasse ich jetzt hier. Kann ich ja sowieso nicht nutzen. Ich schon. Also, dann kann ich hier mit Lava füllen. Stimmt. Sand brauchen wir. Ne, Sandbricks brauchen wir nicht. Knochen wollte ich mitnehmen. Ja, vielleicht den anders noch. Den dort wollte ich noch haben. Äh, ich gehe raus, ne? Ja. Die Antwort nehmen wir doch gar nicht im Chat. Ey, wäre das cool, wenn wir jetzt noch einen töten würden. Alter. Äh, weißt du, wo wir hergekommen sind? Ja, ne? Bestimmt. Ja, von da vorne. Ich bin ja... Ah, hier ist übrigens die Festung. Hier ist er geschoben. Ach man, Stegi, ey. Und da kam er hoch. Das ist der größte Angstgegner übrigens. Ja. Und wo ist Petrit? Weiß es nicht. Das Netterportal muss ja auch über uns sein. Ja. Vielleicht ist er auch gar nicht mehr in der Hölle. Vielleicht ist er auch gar nicht hergekommen und hat nur... Ja, eben. Oder wollte er herkommen und hat es dann gemerkt, dass wir dasselbe vorhatten. Ja, komm, dann lass noch mal eben ein paar Level farmen. Oder, ne, lass mal hier in die Festung reingehen. Ne, in die Festung will ich nicht. Warum? Ja, gut, wir müssen in die Festung, ne? Ja, eben. Ja, komm. Lass aber eben noch mal hier die Teile abfahren. Ja, ich weiß. Pass auf, da sind... Ach, scheiße, ich weiß. Lass mal, bist doch freundlich. Lass den jetzt einfach leben. Achso. Hm. Keine Ahnung, hat man geschrieben, ob... Wenn er nicht herkommt, dann... Wir machen uns hier noch keine Duelle aus. Wir überraschen Leute und greifen sie von hinten an. Wie man vielleicht schon gesehen hat. Und Zigeunern sofort alles weg, was es gibt. Ja. Wir sind aber so scheiße und wissen nicht, wie man irgendwie solche Bücher zusammencraftet. Und dann stirbt er und wir Zigeunern alles weg. Ja, komm, dann lass rein. Aber Stegi, falls du gerade zuhörst, vielen Dank für das Zeug. Und wir hatten uns eigentlich echt auf den Kampf mit dir gefreut und hatten sogar Angst, obwohl du alleine warst. Ja. Also, kannst stolz sein. Ja, schade, Mann. Ich hab mich so auf eine Konfrontation auf seinem Kanal auch gefreut. Also jetzt nicht für mich, sondern allgemein. Guck mal, ja, da warst du hingebaut, glaub ich. Ja, ja. Aber die Wetterwarzen hier sind weg. Die Vergangenheit ist Stegi. Ja, muss nicht Stegi sein. Ich denke, Debitor oder so hat die mitgenommen. Könnte auch gut sein. Bist du hoch oder bist du noch unten? Ich bin unten. Okay. Wir brauchen halt unbedingt eine Neterwarze. Eine. Die kann man ja anpflanzen. Hallo? Ich bin gerade hochgegangen an dir. Achso. In dir? Ja, hier. Okay, dann komm ich auch. Verliesst mich einfach die ganze Zeit aus dem Blick. Ja, ey. Ich bin so nervös. Ich hab einfach Angst zu sterben. Achtung. Lauf mir da runter und sterben, ja. Äh, ja gut, ne. Ne, andere Richtung, komm. Da gibt's Level, da gibt's. Nein. Voll. Böser, Mann, neun. Böser, Mann, neun. Setz Platz. Neun Level. Neun Level hab ich noch. Level. Ich hab jetzt auch neun. Wieder. Ändern wir mal, ich hab vier Pfeile. Übrigens. Alter, Manu. Ja? Stell dir mir vor, wir würden drei Wizard-Köpfe finden. Die droppen super selten bei den Wizard-Skeletten. Ja, erinnere ich mich dran, dass ich die Farmers dafür wacke. Ach, nochmal für den... Boss. Ach, den... Ach, stimmt. Und wir stellen einfach irgendjemand den Boss in sein Haus und gehen weg, dass der einfach geladen... nicht geladen ist. Wie geil. Der lockt sich einfach ein. Ist ein schusssicher Stiefel. Oh, interessant. Das war dann die Kiste, wo... Die Sattel... Ja, ja. Stimmt. Hä? Die sind auch weg. Ich denke, ich hatte zwei Sättel. Also, es hat zwei Sattel dabei. Okay, man hat bestimmt irgendwo noch eine Kiste hingeplantet, die wir jetzt nicht kennen. Bei dem Glowstone hatte er doch... Das weiß ich nicht mehr. Das ist schon wieder fünf Minuten her. Ich erinnere mich nicht dran. Er hatte irgendwo einen Gang mit Glowstone. Das war so... Ja, hier unten, glaube ich. Kann das sein? Nee. Gucken wir uns einfach rum. Ich gu... Ja, hier ist... Nee. Hä? Das ist eine neue Kiste. Anscheinend, oder? Du hast es rausgenommen. Und ich lauf gerade im Kreis. Ach, du... Okay, nee. Nee. Ja, gucken wir uns einfach hier in die Festung um. Die sind immer recht verwirrend. Wir haben ja Zeit. Lassen wir uns einfach... Besonders... Wir müssen so einen Blaze-Spawner finden. Die sind in den Festungen. Ach, Mann, ey. Stehen wir vor, Debitor hat uns in seinen 100 Folgen... Hier, Glowstone. Aber das ist außerhalb. Hier ist ein Magma-Schleim. Oh, oh, oh. Ja. Ist das ein Spawner oder so? Ich erinnere mich hier an den Ort. Ja, ich habe ein Magma-Cube. Äh, also... Magma-Ball habe ich. Wir können uns einen Feuer-Resi-Trank machen. Ja! Ich hoffe, du musst leider weg. Äh, zensier das Wort bitte. Was? Im Nachhinein. Welches? Das, was wir uns machen wollen. Ach so, okay. Klar. Äh, ich glaube, da hinten. Komm mal mit. Hier ist Meter Quarz drin. Okay, dann gehe ich meinen Weg. Hier ist eine Schaufel, falls du die hingeworfen hast. Ich weiß es nicht. Es sind so viele Stellen, wo er gewesen sein kann. Alter, hier ist ein Feuerzeug. Hier ist ein Feuerzeug drin. Aber denke ich, jetzt nicht so wichtig. Nee, ich bleib bei dir. Komm mal, Anu. Bleib, komm mal bitte zurück. Ist doch super dumm. Ach, hier ist er, wo ich reingegraben hatte. Hier ist die Kiste, wo er die Sättel gefunden hat. Ich stehe mich im Kreis und verstehe schon gar nicht mehr, wo ich... Ja, schon wieder. Ich stehe mich im Kreis und verstehe schon gar nicht mehr, wo ich bin. Ich bin neben dir. Okay, wo lang willst du? Ich will... Ach, da ist das Feuerzeug. Ja, komm mal hoch. Gehen wir mal da lang. Wo lang? Wo bist du lang? Ach, dann. Ja. Wo lang? Wo bist du lang? Ich bin richtig gut, ey. Ich bin richtig gut. Ich bin der Minekraft der Leute. Okay, hier ist dieser Gang, wo wir angefangen haben. Ich hab schon mal Minekraft der Leute. Da kommen wir her. Oh ja, nicht da. Ach, Mann. Ja. Hä? Nächstes noch bei Level bekommen. Ja, eben. Was los, Mann? Wenn wir irgendwann Bücher haben, war meinst du, wie ihr mir die Eier lutscht? Wenn du auf einmal siehst, alter, der hat noch Level. Wo bist du denn jetzt langgegangen? Schöner kannst du es nicht ausdrücken. Wo bist du schon wieder hin? Wo bist du denn, Zombie? Hallo. Wo bist du denn? Hallo. Ja, wohin? Ich hab keine Ahnung. Ich hab mich jetzt auch verlaufen. Ja, ich glaube, ich war gerade richtig. Aber dann bin ich wieder zurück. Hier, hier. Ah, hier war's. Ja, hier war ich doch gerade. Ach so. Du warst mit dir hier lang und du sagst, ne. Ne, ich mag dich nicht. Da, 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 da. Ne, da ist ein Blaze-Wipi. Ja, warte, ich hab den Bogen. Petret left, okay. Äh, ich schieß mit Pfeilen vor und hier. Ich hab Pfeile. Ich kann hier, ich werf dir welche zu. Du hast die Pfeile. Ich hab eben keine. Da hatte ich dann anscheinend wieder aufgehoben. Keine Ahnung. Hier, Stück. Ich beschütz dich. Okay, ist gut. Bitte so eine Stange. Ja, ja, ja. Wir haben sie. Wir haben sie. Ja, jetzt brauchen wir noch Neterwarzen. Wir könnten hoffen, dass wir bei Debitor welche finden. Äh, hier ist Lava. Warum auch immer. Sieht eben nicht natürlich aus. Da sind Wizzerskelette da hinten. Zwei Stück. Äh, es piept jetzt. Es piept jetzt. Wir haben noch eine Minute ungefähr. Also wir sollten jetzt eigentlich aufhören. Da ist so ein Wizzert-Typ, ne? Die spawnt. Achso. Du hast gerade weggeguckt, da ist er, die spawnt einfach in der Sekunde. Wie ein Horrorfilm. Da waren besonders zwei. Ich hab einmal weggeguckt, hingeguckt, anstatt einer. Dann gucken wir beide weg und gucken hin und ist keiner mehr da. Sehr gut. Ja gut, ich muss jetzt aber aufhören. Ja komm, komm hier rein. Wo bist du? Ich komm zurück, ich komm runter. Komm doch einfach rein. Wir stellen doch einfach hier in die Festung. Ja gut, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bewerte den Part. Tschüss Leute. Tschüss Leute. Tschüss. Quick.